Herzlichen Dank an die Anni, meine Anni, für die Nominierung zur Ice Bucket Challenge, wo es mich natürlich ungemein gefreut und ich nehme die Herausforderung natürlich gern auch und nominiere gleich drei weitere Kandidaten, nämlich den Robert Mayer, den Gabriel Amann und meine liebe Mama, die Waltraud Luiki. Und ich wünsche euch drei genauso viel Spaß, wie ich jetzt gleich oben werde.